Wie gut kannten Sie denn den verstorbenen Herrn Leitmeier? Naja, wir haben ein Bier zusammen getrunken, aber viel Kontakt hatten wir nicht. Naja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zu völlig Ihnen, oder? Das? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Madrid-Iki-No-O-Kyäk-Sama-Wa. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Da haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Ich habe noch nie in der Hand gehabt. Ich bin mehr in die Hand zu zweis. Untertitelung des ZDF, 2020